Können Sie sich eine Welt ohne Kaltband vorstellen? Wir nicht. Schließlich haben wir in Deutschland in unserer Nische einen Marktanteil von 10%. Und weil wir so sind, wie wir sind, spielen in unserem Film echte Menschen die Hauptrolle. Hermann, ein Kollege von Lena und Maurice. Er arbeitet seit 35 Jahren hier, bei Risse und Wilke in Iserlohn. Erscheint es nicht wie ein Widerspruch in sich selbst? Ein florierendes Kaltwaldzwerk am Rande des Ruhrgebiets? Im Zeichen von Innovation und Tradition im Mittelstand? Doch auch hier lief es nicht immer so gut. Ende der 90er, als der Konzern den Standort aufgab. Größe kann hinderlich sein in der Erneuerung, wenn man Wege aus dem Standard sucht. Genau das haben wir getan. Unsere Ingenieure entwickeln vielleicht nicht die Zukunft für sie. Aber sie sorgen dafür, dass das von uns gelieferte kaltgewalzte Ausgangsmaterial ihre Produkte attraktiver macht. So sehen wir unsere Rolle in der Wertschöpfungskette. Wir arbeiten zum Beispiel an Bandstahl für Sägen, die eine deutlich längere Lebensdauer haben. Unsere ultraleichten Stahlsorten bringen hohe Fahrsicherheit bei geringem Gewicht für sparsame Autos. Und aus extrem harten Bandstählen bei gleichzeitig guter Verformbarkeit entstehen die Werkzeuge von morgen. Eine solche Veränderung beginnt eben in den Köpfen. In jedem einzelnen Mitarbeiter. Plötzlich sind Ideen gefragt, die zu nachhaltigen Lösungen führen. Das ist unsere Verantwortung. Und weil wir so sind, wie wir sind, reden wir auch nicht groß darüber, dass wir mit einigen unserer Nischenprodukte mit Speziallegierungen Weltmarktführer sind. Begonnen hat alles vor über 90 Jahren hier in der Region Südwestfalen. In der Wiege der Kaltwalzindustrie, deren Geschichte wir maßgeblich geprägt haben. Während dieser Standort im Konzernverbund noch Verluste machte, sind wir heute ein solides und erfolgreiches Familienunternehmen. So sind wir eben. 150.000 Tonnen kaltgewalzter Bandstahl verlassen jedes Jahr unser Werk. 150.000 Tonnen, aus denen Produkte entstehen, die womöglich jeder von uns tagtäglich nutzt. Vielleicht verstehen Sie jetzt, warum wir uns eine Welt ohne Kaltbandprodukte gar nicht vorstellen wollen.